Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern und habe mein Leben lang Probleme gehabt, Ordnung zu halten, bis ich das Flylady-System entdeckt habe und dieses mit Erfolg anwende. Heute nehme ich euch wieder mit durch einen Tag bei uns zu Hause und zwar mit meinen Morgen- und Abendroutinen. Ich zeige dir auch, wo ich das Homeblessing integriere in meinem Tagesablauf. Das Homeblessing ist eine wöchentliche Routine der Flylady, wo man so diese Grundgeschichten wie Staubsaugen, Staubwischen etc. unterbringt. Dazu erzähle ich dir aber wie immer natürlich mehr und ausführlich im Video, worum es da ganz genau geht. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass mir doch gern ein Abo da, wenn dir die Videos gefallen, weil ich habe ganz, ganz viele Zuschauer, die zwar fleißig gucken und mir auch gerne Däumchen geben, aber die leider nicht den Kanal abonnieren. Also wenn du dazu gehörst, gib dir bitte einen Ruck. Abonnier den Kanal, das ist kostenlos für dich und das ist eine Unterstützung für mich und würde mir eine große Freude machen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Zuschauen und lass mir auch gern einen Daumen hoch da oder einen Kommentar, wenn dir das Video gefällt. Ja, hier ist die Ausgangssituation der Wohnung. Ich habe heute früh verschlafen und musste im Supertempo die Kinder fertig machen, mich selber fertig machen und dann fluchtartig das Haus verlassen, damit meine Tochter es noch rechtzeitig in die Kita schafft. Und so sieht auf jeden Fall die Wohnung aus, bevor ich jetzt heute die Routine gestartet habe. Es war auf jeden Fall eine große Erleichterung, dass unsere Kleidung schon bereit lag von der Abendroutine vom Vortag, weil ich dadurch natürlich weniger Stress hatte, jetzt zumindest noch nachzudenken oder Sachen für die Kinder rauszulegen, sondern ich habe einfach uns schnell angezogen, uns frisch gemacht und wie gesagt, wir haben das Haus verlassen. Glücklicherweise ist mein Sohn gerade eingeschlafen, sodass ich jetzt die Zeit nutzen kann, um nochmal schnell die Morgenroutine, die ich jetzt aufgeschoben habe, zu vollziehen, damit ich einfach eine gute Ausgangssituation habe für den gesamten Tag. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man einmal verschlafen hat, dann ist irgendwie sowieso der Wurm drin. Also ich komme heute echt schwer in den Tag rein, irgendwie mit dem linken Fuß aufgestanden, soll aber trotzdem nicht weiter stören. Ich nehme euch einfach mit und ihr könnt euch selber ein Bild davon machen. Also so sieht jetzt auch das Bad aus vor dem Zwischenzwipe. Ich beginne jetzt auch direkt mit dem Zwischenzwipe, weil das auch so in etwa die Reihenfolge wäre, die ich sonst morgens machen würde. Und ich habe mir überlegt, das Zwischenzwipe dauert ja nur zwei Minuten. Und dass ich dir das jetzt mal in Original-Tempo zeige, weil es sieht immer so aus, als würde ich wie ein Tornado durch die Wohnung flitzen. Und dass ich super schnell wäre in allem, was ich tue und dass das alles stressig ist, das wirkt natürlich wegen dem Zeitraffer so. Aber jetzt habe ich dir das mal einfach die zwei Minuten zumindest in einem normalen Tempo laufen lassen, um dir einfach zu zeigen, dass ich mich da wirklich nicht tot mache. Also es sieht immer so übermotiviert aus, aber es ist wirklich nur der Zeitraffer. Also beim Zwischenzwipe geht es halt darum, dass du zwei Minuten nimmst, einen Lappen feucht machst und einmal alle sichtbaren Flächen ganz einfach abwischst. Du sollst da nichts schrubben, nichts putzen, also wirklich nur einmal alles, was sichtbar ist, abwischen. Regale, Waschbecken, Badewannenrand und so weiter. Und mehr als das tue ich auch nicht. Ich werde jetzt noch einmal die Toilette kurz sauber machen. Da hatte ich letztes Mal auch einen sehr netten Kommentar gehabt mit dem Gedanken, also mit der Anregung, dass man vielleicht nicht die Toilette täglich desinfizieren sollte, weil dann auch keinem resistent werden können. Also finde ich sehr gut diesen Punkt. Deswegen gebe ich den jetzt auch mal so weiter. Für mich, ich habe mich da jetzt noch nicht so ausgiebig mit beschäftigt, muss ich mir das noch überlegen. Mit den Kindern fühle ich mich im Moment tatsächlich noch wohler. Mein Sohn ist eins, der greift da tatsächlich noch an die Toilette und da fühle ich mich irgendwie noch sicherer. Aber ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren und bestimmt auch irgendwann dann einstellen des Desinfektionsmittels. Ansonsten geht es bei mir jetzt weiter mit dem Hotspot. Man soll sich morgens zwei Minuten Zeit nehmen, Hotspot reinigen. Wir haben da so eine Kiste im Flur zu stehen. Da sind so Schals und Mützen etc. drin. Die räume ich jetzt noch weg. Da in der Tüte sind noch so Buddelsachen, also Matschsachen, Matschhose etc. für meinen Sohn drin. Und da wir später nach der Kita nochmal auf den Spielplatz gehen, lasse ich das da jetzt auch so stehen. Und kümmere mich jetzt einfach nur darum, dass dieser Eingangsbereich so ein bisschen geordneter wirkt in diesen zwei Minuten. Das könnten heute auch mal drei Minuten geworden sein. Aber es soll halt nicht lange dauern. Man soll einfach nur schnell eine gute Ausgangssituation schaffen. Das heißt, ich packe jetzt die Post weg und schaue, was da oben auf der Ablage von unserem Schuhschrank draufsteht, was da nicht hingehört. Die Cremes bringe ich zum Beispiel zurück ins Kinderzimmer. Ich packe jetzt noch Sachen zurück in meine Handtasche, Taschentücher, Ausweis lag da noch vor mir rum und so weiter. Also ich versuche einfach in zwei Minuten ganz schnell die Sachen aus dem Hotspot-Bereich zu bereinigen. Als nächstes gehe ich ins Kinderzimmer. Da sind heute die fünf Minuten wirklich ausgiebig auszunutzen. Es ist ziemlich unordentlich geworden, wie auch immer das passieren konnte, weil man dauerhaft gefühlt in diesem Kinderzimmer aufräumt. Aber ja, da kümmere ich mich jetzt auch noch mal fünf Minuten drum, um ein bisschen klar Schiff zu machen. Gerade wenn ich heute das Home-Blessing machen möchte, ist es halt wichtig, dass ich so ein bisschen mehr Ordnung habe, damit das Home-Blessing halt auch einfacher von der Hand geht, damit ich nicht allzu viel anheben muss und wegräumen muss vor dem Putzen. Das soll dann im besten Fall in einem Schwung halt ablaufen. Da habe ich jetzt noch so eine Knuddelecke gefunden. Ich kümmere mich jetzt einfach noch schnell darum, das sind jetzt vielleicht noch mal eine Minute oder zwei mehr, aber das ist es mir wert. Ich bin gerade in Fahrt und räume einfach diese Stelle halt auch noch auf. Also du kannst natürlich immer individuell dir ein, zwei Minuten mehr einräumen oder halt auch mal weniger. Aber es ist natürlich immer von Vorteil, wenn du gerade motiviert bist und dabei bist, dass du dir dann ruhig auch mal die zwei Minuten mehr gibst, wenn du ja einfach gut in Fahrt bist, um so ein gutes Ergebnis wie möglich zu erreichen, aber natürlich ohne, dass du halt unter Druck stehst oder das jetzt ja nicht mit einem guten Gefühl machst. Dann lass es lieber sein und bleib bei den fünf Minuten und brich dann nach fünf Minuten ab. Weil egal, was du tust und wenn es auch nur ein bisschen ist, ein bisschen ist besser als gar nichts. Also macht dir keinen Stress. Also wenn du auch nur mal zwei Minuten schaffst, auch zwei Minuten sind Gold wert. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine Maschine soll man am Morgen einschmeißen. Ich habe mir dafür die Badezimmervorleger vorgenommen. Ich wasche die jetzt auch nur 19 Minuten durch. Die wasche ich fast jede Woche und 19 Minuten reichen. Da ist jetzt nicht viel in der Maschine drin, nur dass sie einmal schön durchgespült werden und damit ich die auch später nach dem Home Blessing direkt halt wieder rauslegen kann. Ansonsten mache ich jetzt weiter mit meiner Morgenroutine in der Küche. Die soll ja halt auch eigentlich so zwei Minuten dauern. Also ich mache es meistens so, dass die Raumrettung morgens in etwa zwei Minuten bei mir dauert und abends vorm Schlafen geht dauert so die Raumrettung pro Raum etwa fünf Minuten. Aber das gleicht sich so in etwa aus. Mal ist in einem Raum mehr zu tun, in dem anderen dafür weniger und das passt dann irgendwie trotzdem vom gesamten Zeitrahmen, dass es dann doch zehn, 15 Minuten nicht überschreitet. Heute hatte ich wirklich viel Glück gehabt durch die Vorbereitungen am Vortag. Ich hatte gestern Abend schon die Spülmaschine ausgeräumt, obwohl ich das eigentlich sonst nicht so mache. Aber die Spülmaschine war heute früh schon leer. Das war auf jeden Fall super hilfreich gewesen. Und auch, dass die Kleidung schon bereit lag. Auch das war hilfreich gewesen. Also wie man sieht, also umso mehr man halt abends vorbereitet, umso weniger kann einen der nächste Tag, also kann irgendwas einen im nächsten Tag halt aus der Bahn werfen. Ich räume jetzt noch schnell die Kleidung zusammen, die liegen geblieben ist und die ganzen anderen Geschichten. Ach und bevor ich es vergesse, ich hatte mir überlegt, eventuell ein Video zu drehen, wo ich nochmal auf ganz spezielle Fragen von euch eingehe. Also falls ihr da noch irgendwelche Unklarheiten habt, was das Thema Flylady betrifft oder allgemein irgendwelche Fragen oder irgendwo noch einen Tipp benötigt oder Fragen zu meiner Person, haut gerne alles raus in die Kommentare und ich versuche diese dann halt in einem separaten Video nochmal umzusetzen. Schon mal vielen Dank dafür! Wenn du täglich diese Routinen befolgst, wirst du schon ganz schnell feststellen, dass da gar nicht mehr so viel zu tun ist. Also wenn alle Handgriffe sitzen und du das tagtäglich machst, morgens und abends halt mal kurz und mal durchwischen, kurz mal sauber machen, Sachen verräumen, dann wirst du sehen, dass da eigentlich gar nicht mehr so viel Unordnung ist. Also es bleibt ziemlich ordentlich und dann merkst du auch, dass du gar nicht mehr diese fünf Minuten komplett ausschöpfen kannst, weil einfach gar nicht so viel zu tun ist. und dann kommst du vielleicht so auf Ideen, dass du auch mal einfach Staub wischst oder so, wie ich gerade da hinten die Kommode mal kurz gewischt habe. Ich habe eh gerade die Zeit, warum nicht? Auf jeden Fall spart dir das dann irgendwann später auch im Homeblessing natürlich Zeit. Dann brauchst du vielleicht auch gar nicht mehr das Staubwischen im Homeblessing zu haben, aber dazu später. Das Homeblessing nach Flylady ist so aufgebaut, dass du sechs Aufgaben hast. A 10 Minuten, Bettwäsche wechseln, Staubwischen, Spiegel und Türen putzen, Staubsaugen, Böden wischen und Mülleimer leeren. Und da ich jetzt noch gar nicht die Betten gemacht habe, weil ja heute früh alles so chaotisch war, habe ich mir diesen Punkt gespart. Also ich habe die Betten nicht gemacht, aber ich fange jetzt direkt an, einmal kurz da beim Bett Staub zu wischen, bevor ich dann jetzt gleich die Bettwäsche wechsle. Und ja, das ist halt ein Punkt bei Flylady, wo so ein bisschen die Meinungen auseinander gehen. Also nach Flylady soll man halt jede Woche die Bettwäsche wechseln. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Hinterlass mir das gerne in den Kommentaren. Ich finde das ganz interessant, weil da wirklich jeder anders drüber denkt. Ich persönlich finde wöchentliches Bettwäsche wechseln zu viel. Also ich weiß nicht, im Sommer finde ich das nochmal ein bisschen anders, wenn es wirklich warm ist und so, okay. Aber im Moment, das ist super kalt. Wir schlafen immer bei offenem Fenster. Wir haben so gefühlt 18 Grad im Schlafzimmer. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt die Bettwäsche so voll schwitzt oder dass die sich so schnell schmutzig anfühlt. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also für mich ist es im Moment nicht notwendig, jede Woche die Bettwäsche zu wechseln. Also wir wechseln sie eher jede zwei, sogar manchmal drei Wochen. Also das kommt wirklich so ein bisschen auch drauf an. Ich mache das vielleicht dann auch eher, wenn ich schon merke, okay, nee, die Bettwäsche fühlt sich nicht mehr so schön frisch an, dann wechsle ich die auch. Wenn es sein muss, alle zwei Wochen. Aber wenn ich das Gefühl habe, nee, die ist noch angenehm, dann kann die auch mal drei Wochen bezogen bleiben. Also so handhabe ich das zumindest. Und dann kannst du dir überlegen, dass du vielleicht, wenn du das genauso siehst, dass die Bettwäsche halt nicht wöchentlich gewechselt werden muss, dass du vielleicht diese zehn Minuten, die dafür gedacht sind, anderweitig vielleicht gut einbringen kannst. Also das richtet sich vor allem an die Personen, die vielleicht ein großes Haus haben, was sie instand halten müssen, sauber halten müssen. Da kann man vielleicht die zehn Minuten anders investieren, dass man ja irgendwo einen anderen Bereich dann dafür putzt. Oder man muss ja mehr Staub saugen natürlich und so weiter. Oder was auch noch ein Anreiz ist, das ist zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, fünf Kinder hast oder so oder mehrere Betten zu beziehen hast, dass du dann halt sagst, okay, ich mache in dieser Woche eins, mache ich zum Beispiel zwei Betten, in der nächsten Woche mache ich die Kinderbetten, in der nächsten Woche mache ich die Gästebetten oder so. Also da kannst du natürlich immer so ein bisschen das so modifizieren, wie es für dich natürlich am besten auf deine Bedürfnisse passt. Also das sind immer Vorgaben von Flylady, aber es ist nichts in Stein gemeißelt. Und du kannst natürlich immer überlegen, wie macht das für dich am meisten Sinn. Von Vorteil ist es schon gerade, wenn du am Anfang der Flylady-Methode bist, so ein bisschen dieses System zu befolgen, also nicht allzu viel zu verändern, um einfach in dieses System reinzukommen und auch in diese Denkweise. Aber ich finde durchaus, wenn du das eine ganze Weile schon erfolgreich machst, dass man dann ganz gut das so modifizieren kann, weil man dann halt auch schon die Erfahrungswerte hat, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Manches muss man sich einfach erst mal gewöhnen und reinfinden. Und deswegen denke ich, wenn du ganz am Anfang stehst, solltest du jetzt noch nicht allzu viel abändern. Aber wenn du schon, wie gesagt, im Fluss drinne bist, schon da gut vorankommst mit Flylady, dann kann man durchaus das eine oder andere abändern, damit es halt besser auf die Bedürfnisse passt. Heute habe ich zum Beispiel hier beim Betten machen tatsächlich 14 Minuten gebraucht, um jetzt mal auch ganz offen und ehrlich zu euch zu sein. Das ist bei uns aber auch, glaube ich, ein bisschen dem Bett geschuldet. Also dieses Ganze mal raufklettern und so ist super anstrengend. Das ist natürlich noch mal einfacher, wenn freistehende Bette da sind. Aber es ist auch nicht so wild, weil ich auf der anderen Seite Zeit beim Staubwischen einspare. Ich habe schon so viel Staub gewischt, immer wieder bei diesen ganzen Raumrettungsgeschichten, dass ich da gar nicht erwarte, mit so viel Staub sozusagen umgehen zu müssen. Und dementsprechend habe ich also diese paar Minuten, die jetzt für die Betten sozusagen mehr draufgegangen sind, hole ich woanders wieder rein. Also von daher ist es eigentlich auch am besten, eigentlich mit den Schritten anzufangen, die am wenigsten Zeit benötigen, damit du einfach nach hinten raus mehr Zeit über hast. Also dann weißt du einfach, wie viel du über hast. Aber ansonsten, gerade wie gesagt, wenn du am Anfang stehst, stell dir den Wecker, wie gesagt, wie immer 10 Minuten für jede Aufgabe. Und wenn der Wecker klingelt, sollst du eigentlich die Aufgabe fallen lassen und dann direkt mit der nächsten Aufgabe beginnen. Und sollte dann noch Zeit überbleiben, dann gehst du wieder zurück an die Stellen, die du nicht fertig bekommen hast. Also so funktioniert theoretisch das System. Ich habe jetzt heute auch mein Home Blessing, also ich habe noch ein anderes Home Blessing Video gemacht. Da kannst du auch gerne noch mal reinschauen. Und da ist das so ein bisschen theoretischer erklärt, würde ich behaupten. Und heute ist es ja so ein bisschen in den Alltag mit eingebunden. Das heißt, ich habe auch heute mein Home Blessing ein bisschen gesplittet. Also wenn du die Möglichkeit hast, ist es tatsächlich empfehlenswert, wenn du dir einfach so eine Stunde Zeit nimmst, 60 Minuten, das sind 6 Aufgaben, also 10 Minuten, dass du einfach so alles am Stück hintereinander abarbeitest. und dann ist die ganze Sache erledigt. Wenn du aber so ein bisschen Zeitmangel hast, Kinder hast, Arbeitsstress etc., dann kannst du dir das natürlich auch ein bisschen splitten. Und so habe ich das zum Beispiel heute gemacht. Also bei mir ist es unterschiedlich. Manchmal ist mein Mann mit den Kindern draußen, dann mache ich das eine Stunde am Stück und bin dann fertig. Heute ist es natürlich, wie gesagt, der ganze Tag, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, war einfach der Wurm drin. Und ich habe einfach zwischendrin, wo es halt gerade gepasst hat, immer wieder die 10 Minuten investiert. Also ich habe heute früh, wie gesagt, dann die Betten schon mal abgezogen. Ich habe dann am Mittag mir wieder 10 Minuten Zeit genommen, um halt die Türen zu wischen und die Spiegel zu wischen und Staub zu wischen und so. Das Staubwedeln hat bei mir heute 3 Minuten gedauert. Die Türen zu putzen war auch nicht lang. Und jetzt komme ich am Spiegelputzen. Und da möchte ich dir hier mein super tolles Zaubertuch zeigen, was jeder ja schon kennt. Also ich habe das vor zwei Jahren mal von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen und möchte euch heute mal demonstrieren, warum dieses Tuch so toll ist. Und ich habe es euch auch wieder in die Infobox verlinkt. Also schaut auf jeden Fall rein, falls euch dieses Tuch interessiert. Ich fühle mich ja schon fast wie in einer Fernsehwerbung. Also ich habe jetzt einfach mal so eine BB-Creme genommen, so eine dicke, und habe einmal mit Freude den Spiegel beschmiert, wie ihr seht. Ich freue mich wie ein Kleinkind. Und genau, verschmiere jetzt alles auch noch mal schön und zeige euch jetzt, wie gut dieses Tuch sauber macht. Also dieses Tuch, das muss nur angefeuchtet werden, mit Wasser ordentlich ausbringen, dass da kaum noch Wasser drin bleibt. Und dann einfach drüber putzen. Und das Ganze trocknet streifenfrei auf, fusselfrei auf. Also ich bin so begeistert von diesem Tuch. Ihr seht das in meinem Gesicht. Ich schaue jetzt gerade noch, wie das Wasser da, das Restwasser verdunstet. Aber wie ihr seht, ist das alles streifenfrei, sauber. Ich habe nicht geschrubbt. Ich habe kein Reinigungszeug benutzt. Und ich habe wirklich viel Glasreiniger in meinem Leben verschwendet. Kann man leider nicht anders sagen. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Jeder, der schnell streifenfreie Ergebnisse haben möchte, der einen Glastisch zu Hause hat, der nicht sehr umweltbewusst lebt und einfach keinen Glasreiniger verschwenden möchte, der sollte auf jeden Fall auf so ein Tuch zurückgreifen. Also es ist unbezahlte Werbung. Es ist wirklich nur aus reiner Überzeugung, weil ich finde, dass es wirklich viel erleichtert im Haushalt. So, jetzt bin ich beim nächsten Punkt angekommen. Und zwar dem Staubsaugen. Und ja, ich sauge einfach jetzt mal schnell die Bude durch. Also wie gesagt, wenn du jetzt ein großes Haus hast vielleicht und das mit der Zeit bei dir schwierig ist, du da nicht hinkommst mit zehn Minuten, dann kannst du vielleicht nochmal die zehn Minuten an einem anderen Tag noch. Vielleicht splittest du das einfach, weißt du, dass du montags zehn Minuten machst und vielleicht mittwochs nochmal zehn Minuten in den anderen Bereich oder so. Also in erster Linie sollst du in diesen zehn Minuten die wichtigsten Bereiche, die am meisten begangen werden, sozusagen saugen. Das hat immer Priorität. Erstmal das, was so wirklich sichtbar ist, also Flur, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, also das, was so begangen wird wirklich. Und jetzt so ein Gästezimmer, wenn du das dann zeitlich nicht schaffst, das ist dann auch nicht so wild. Dann machst du das halt die Woche drauf oder so. Also wie gesagt, immer Stress rausnehmen und das halt so ein bisschen an deine Bedürfnisse anpassen. Bei uns ist zum Beispiel auch so, wir haben ja zwei kleine Kinder, wie gesagt, und wir saugen eigentlich täglich. Ich sauge täglich, meistens morgens, auch in der Morgenroutine. Ich sauge dann aber nicht die ganze Wohnung. Ich mache das, also je nachdem. Ich sauge meistens halt Flur, Wohnzimmer und Küche, weil das so die Bereiche sind, wo doch mal Krümel oder halt auch so Sand oder sowas von draußen mit reinkommt. Diese Bereiche versuche ich halt zu saugen. Und einmal die Woche wird auf jeden Fall jeder Bereich mit Homeless, also in dieser Homelessing-Stunde sozusagen, gesaugt. Ansonsten hatte ich aber auch schon mal erwähnt, dass mein Mann auch ganz gerne saugt und der saugt auch super gründlich und auch unter den Möbeln und so. Also da handhaben wir das halt so ein bisschen unterschiedlich. Also das Saugen und Gewischen, wie ihr seht, es ist schon draußen dunkel, habe ich dann auch so mehr oder weniger dann abends vollzogen. Also ich habe mir trotzdem den Blick auf die Uhr behalten und habe dann einfach mal, wie gesagt, 15 Minuten morgens in der Morgenroutine die Bettwäsche gewechselt und dann in der Mittagsroutine dann halt mal 5 Minuten Staub gewischt und 10 Minuten dann halt, das waren auch keine 10 Minuten, 5 Minuten halt die Spiegel geputzt und die Türen geputzt und habe einfach so etappenweise das sozusagen die Homelessing-Stunde so in drei Teile geteilt. Also man könnte tatsächlich sagen morgens, mittags, abends und das kannst du natürlich auch machen, wenn dein Zeitplan das nicht anders hergibt. Also da kannst du das natürlich ein bisschen splitten. Das ist dann vielleicht auch sinnvoll. Genau, zu guter Letzt wird dann noch mal gewischt und ja, ich wisch dann einfach jetzt schnell noch mal den Boden durch und mehr ist es nicht und tatsächlich ist es auch schon mittlerweile ziemlich sauber. Ich hätte am liebsten, es ist schade, dass ich das zu spät bemerkt habe, das Wasser, das Schmutzwasser sozusagen von dem Eimer gerne mal gefilmt, weil es war wirklich ziemlich sauber und da sieht man einfach, wie viel das ausmacht, wenn man das halt regelmäßig putzt. Wobei ich auch sagen muss, wir laufen auch nicht mit Straßenschuhen in die Wohnung zum Beispiel und dementsprechend kommt da jetzt auch nicht so viel auf. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Also ich nehme am Homeblessing-Tag auch immer die Handtücher ab, wechsle auf jeden Fall die Handtücher aus und wasche sie am nächsten Morgen auch mit den Geschirrspültüchern, alle bei 60 Grad und gehe dann noch über und sammle den Müll aus der Wohnung zusammen und den bringt dann morgen früh mein Mann weg. Also zum Beispiel jetzt Müll aus dem Badezimmer oder Papierkörbe etc., weil ich die wirklich nicht immer auf dem Schirm habe. Und so ist es ganz gut, dass man dann einfach mal, ja zumindest mal guckt, ob der Müll schon mal ausgewechselt werden könnte. Ansonsten tausche ich die Handtücher aus. Das mache ich aber auch mehrmals die Woche, meistens wegen den Kindern, aber einmal die Woche sollte man es schon auf jeden Fall machen. Und ja, damit war es das eigentlich, was das Homeblessing betrifft. Ja, zwischendrin ist natürlich Zeit vergangen. Ich mache jetzt die Abendroutine oder zeige euch die Abendroutine. Wir haben zwischendrin noch gegessen gehabt. Wir haben auch zwischendurch noch mit den Kindern gespielt. Also wie gesagt, das ist jetzt hier ein Zusammenschnitt nur von meinem Arbeitsgeschehen. Dazwischen spielt immer auch ein bisschen Leben natürlich ab. Also es ist jetzt, soll jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass ich den ganzen Tag nur am Putzen war. Dem war nicht so. Wir haben heute auch Essen von draußen geholt. Also ich habe heute auch nicht gekocht. Und weil auch schon die Frage kam, ich mache tatsächlich am Homeblessing Tag nicht die Zonereinigung. Das ist eigentlich, ich bin damit schon dann gut ausgelastet. Es kommt natürlich immer auf die Tagesform an. Also wenn ich so richtig gut drauf bin, dann kann es auch mal passieren, dass ich in der Morgenroutine, einfach weil es gerade so passt, dass ich da irgendwie eine Zone bearbeite. Aber das ist halt nicht die Regel. So. Eigentlich wollte ich die Spülmaschine anschmeißen und habe dann aber folgendes entdeckt. Mein Sohn hat nämlich hier Creme an die Fronten geschmiert. Und das putze ich jetzt natürlich erstmal noch weg. Krieg Kinder, haben sie gesagt. Das wird lustig, haben sie gesagt. Naja, nein. Spaß beiseite. Ich liebe sie so, wie sie sind. Die dürfen alles voll schmieren. Ja, also auf jeden Fall letzter Punkt dann. Die Spülmaschine läuft. Morgen kann nichts mehr schief gehen, hoffe ich. Also es ist alles getan. Ich habe jetzt die Küche abgearbeitet. Im Wohnzimmer ist zum Glück auch nicht mehr so viel zu tun. Ich räume jetzt alles nochmal schnell, was nicht in diesen Raum gehört, raus. Also da liegt jetzt Kleidung zum Beispiel rum. Wir haben die Kinder ja gerade umgezogen, Bett fertig gemacht und so weiter. Da liegt jetzt noch Kleidung rum. Ich, wie ihr seht, ich gucke immer suchend, was kann ich noch mitnehmen. Also ich bemühe mich immer nicht mit leeren Händen den Raum zu verlassen. Ich gucke immer rum, kann ich jetzt noch irgendwas mitnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Küche gehe, gehört noch irgendwas in die Küche, gehört noch was ins Schlafzimmer. Also immer am besten nicht mit leeren Händen den Raum verlassen. Also es ist wie gesagt alles schon gut, ordentlich. Ich räume jetzt halt nur noch so mit den letzten Handgriffen die Sachen weg. Das sind jetzt auch keine fünf Minuten mehr im Wohnzimmer, die ich jetzt benötige. Also man sieht halt immer wieder, was vielleicht der eine Raum ein bisschen mehr hergibt. Da hat man bei dem anderen Raum halt wieder ein bisschen Einsparungen. Und ja, so läuft das. Achso, ich habe gerade Wasser da hinten übrigens. Habe ich mir angewöhnt, einfach wenn da irgendwie ein halbes Glas Wasser rumsteht oder so, dass ich das einfach mal in die Blumentöpfe gieße, bevor ich es in den Abfluss kippe. Ja, dann habe ich hier das Kinderzimmer. Das ist super ordentlich. Meine Tochter hat aufgeräumt. Also da habe ich gar nichts zu tun, wie du siehst. Und da habe ich jetzt also wieder Zeit gespart. Und jetzt ist der Tag für mich rum. Ich genieße jetzt noch den Abend mit was Süßen und hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, vergiss nicht das Däumchen hoch. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis bald.